Servus, ich bin's, der Japsen, einer der Gründer von German Top Arts. Und ich bin Warhouse ebenfalls ein Gründer von German Top Arts. Wir haben German Top Arts gegründet, um im deutschsprachigen Raum einen Community-Channel zu haben, auf dem Editor und GFXer die Möglichkeit geboten wird, ihr Können zu zeigen. Aus diesem Grunde suchen wir deutsche GFXer und Editor, die dauerhaft unserem Team beitreten wollen, um euch auch regelmäßig die besten Speedarts und Edits bieten zu können. Falls ich eure Interesse geweckt haben solltet, schreibt mir eine private Nachricht mit euren Speedarts oder Edits, damit wir uns einen Eindruck von euch verschaffen können. Da German Top Arts hauptsächlich ein Community-Channel ist, können auch diejenigen, die unserem Team nicht beitreten wollen, ihr Speedarts oder Edits bei uns einschicken. Falls sie gut genug sind, werden wir sie hochladen und euch natürlich verlinken. Das war's auch schon von uns, ich hoffe, ihr schickt uns eure Clips und über Support jeder Art würden wir uns freuen. Bis die Tage, euer Warhouse. Und euer Japsen.